Was ist schon? Na, jetzt spawnt bei ihm natürlich einen Hammer, aber zum Glück Okay, der ist ins Wasser gefallen, der wollte ihn noch retten und Oh, tot Bis, ja, schön, bleibt auf der Mine stehen, dumm kann man sein Übrigens spiele ich mit einem Waveboard, also Wavebird, so heißen die Dinge Waveboard Äh, das ist was anderes Was? Warum? Warum denn? Ach komm Gegen diese Flachzange Ich musste irgendwie, ja Sorry Bin schlecht Ja, continue Kann nix für, sorry Das Face passt super zu der Situation Komm, mit dem, mit dem Oh nein, da ist ein Bobbom wieder Ich hab aber auch, Alter, ich hab aber auch Und Captain Falcon hilft mir Und wie ich einfach mal direkt am sterben bin, ne? Voll der Fail Ach, kacke Du bist ein Link Oh, Mann, das gibt's doch gar nicht Der ist so'n Arsch, ey Jetzt hab ich mal einen erwischt Boah, das regt mich auf Was soll denn dieser Quatsch? Das kann doch nicht wahr sein, dass man da immer Boah, ich raste hier aus, Junge Fuck Oh, Freunde, Freunde Ich glaube tatsächlich, wir kriegen das nicht hin Um ehrlich zu sein, wie... Ja Tja Da sind ja noch andere dabei Lol Der Trottel hat sich selbst umgebracht Wie cool Mach das nochmal Oh, fast Lol Was war das denn? Richtig geil Ich lass mich jetzt voll abziehen Am Anfang hab ich ihn voll gegeben, aber Was jetzt, Mann? Ernst, doch verkackt What the fuck? What the fuck? Ist das schlecht? Und, äh, safe Geh da hoch! Geh da hoch, du Idiot! Oh, du bist so dumm wie Brot Allein wie er sich bewegt und sowas geht Ahaha Aber das war jetzt total blöd von mir Süß Oh, und er hat sich ganz umgebracht, der Depp Wenn ich gerade von Deppen rede, ja? Und dann sowas mache Dann sollte man's mal halten Aber was mach ich jetzt? Hahaha Ja, das hab ich damit jetzt aber nicht machen wollen Ach, wenn die doch bloß nicht im Team wären, ne? Ah, shit, man Nein! Ja, komm Und ich lande auf der Straße zwischen diesen zwei gottverdammten Gleitern da Behaupte ich einfach mal, dass das schon ganz gut möglich ist Vor allem Zelda ist jetzt tot Was? Was kann ich dafür, wenn sie sich umbringt? Bitte! Ahaha Bitte! Ja, geh ruhig auf die Mine drauf, die du da gelegt hast Weil ich möchte es nämlich nicht tun. Oh, du bist schon... Ja, genau! Es schmeißt mich genau drauf! Kannst du meiner Oma erzählen? Und selbst die glaubt das nicht im Ansatz. Weil beim Laser, wenn man hinter der Hand steht, kann sie eben nichts machen. So wie ich jetzt hier dastehe. Höchstens die andere! Ja, und das tut sie auch. Yes, du hast Mewtwo getötet, Pobelow. Das kannst du dir auf jeden Fall in den Kalender schreiben. Ja, klar! Und bei mir spawnt ein Pob-Omp, ihr blöden Ärsche. Was soll das denn, ne? Sternchen-Attacke! Ach so, ich dachte, ich hab den! Auf sehr schwer ist es ja wirklich der Oberknaller. Nein, hier ist eine Mine! Fick dich doch, diese scheiß Minen die ganze Zeit! Oh, man! Ich sag's, wenn ich jetzt noch mal rausfliege, ne? Ach, das geht um die Hase. Sag ich mal fair. Nein, nein! LOL! Nein, ja wie gesagt... Fast eine Ultra-Blammasche! Ich komm, ich... Wie gesagt, die Knöpfe. Und dann hab ich den Knopf nicht gefunden. Ich bin sau schlecht. Also brauche ich nichts von Ultra-Blammasche. Wieso hält er sich denn nicht fest? Das ist nur fair! Was geht? Das ist nur fair! Warum hält er sich denn nicht fest? Das ist nur fair! Der sagt halt noch 20 mal das gleiche. Das ist nur fair! Ein Big Mac. Jedes waren tasty. Ja. Ey, ich bin immerhin noch drin! Yes! Oh, ich schwitz mich hier zu Tode! Du hast alle One-Player-Event-Matches gemeistert. Du hast die Final-Destination-Trophäe erhalten. Du musst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder daraus zurückkehre.